Die zweite Generation des Toyota Prius Plug-in Hybrid feiert dieser Tage auf der New York International Autoshow 2016 ihre Weltpremiere. Dank der auf 8,8 kWh vergrößerten Batterie verspricht Toyota eine rein elektrische Reichweite von über 50 km. Rein elektrisch soll auch eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 135 km möglich sein. Eine Vielzahl von Weiterentwicklungen am Elektromotor, am Generator, an der Heizung und auch an der Klimaanlage senken die Verbrauchswerte und machen den Prius gegenüber seinem Vorgänger nochmals effizienter. Das Solardach-Aufladesystem ist ein weiteres Technik-Highlight vom Prius Plug-in Hybrid. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017